Hey und willkommen zum zweiten Tutorial. Heute möchte ich euch erklären, wie das sogenannte Levelsystem an der Map funktioniert, wie ihr eine Map in ein Grid anteilt, um die Performance zu verbessern. Dann möchte ich euch einmal zeigen, was der Game-Mode ist und wie man den Tag- und Nachtzyklus einstellen kann, damit ihr eure Map auch in Szene setzen könnt, für Streamshots und sowas. Und am Ende möchte ich euch noch zeigen, wie die Grundlagen an der Höhle funktionieren, damit die auch richtig funktioniert. Fangen wir mit den Leveln an. Das Levelsystem im ArcDefin funktioniert eigentlich relativ einfach. Ihr habt hier unten rechts einmal den Levels-Tab. Wenn ihr das nicht habt, dann klickt ihr oben einmal auf Window und auf Levels. Dann wird euch das hier einmal eingeblendet oder hier oben, das kann auch sein. Den könnt ihr aber runterziehen, wie ihr wollt. So, in unserem Beispiel, also von den Falls, die ich euch gegeben habe, da haben wir einmal diese verschiedenen Levels. Das ist einmal der Persistent Level, das ist der Hauptlevel, da ist so gesehen das Wichtigste drin. Dann haben wir noch die ganzen Unterlevels so gesehen. Die drei Boss-Arenen sind das einmal der Landscape-Sub-Level, der Persistent-Gameplay-Sub-Level und das World End. Die Boss-Arenen sind ja nicht mal selbsterklärend. Das Slumscape-Sub-Level beinhaltet im Endeffekt Landscape. Die haben wir jetzt im letzten Tutorial dann nicht drin erstellt, aber das machen wir gleich noch. Dann haben wir einmal das Persistent-Gameplay-Sub-Level. Da kommen Sachen rein, wie die Bieber-Mechanik, damit die Bieber funktionieren, wie Prevention-Volumes für die Höhlen zum Beispiel. Das zeige ich euch gleich auch noch. Und das World End, das erkläre ich euch wann anders. Das ist momentan nicht wichtig für uns. Um euch relativ einfach zu erklären, wie so ein Level-System funktioniert, zeige ich euch erstmal das Grid, wie das funktioniert. Oder was das für Nutzen hat. Dafür habe ich euch einmal eine Datei in die Videobeschreibung gepackt. Und die könnt ihr dann runterladen und auch entpacken. Ich würde es am besten in den Map-Ordner einpacken, den ihr letztens erstellt habt für eure Insel hier. Und wenn ihr das gemacht habt, da habt ihr einmal eine Datei drin. Wenn ihr die sucht, dann gebt ihr einfach Grid rein und auf Set it Mash beim Filter, dann habt ihr nämlich einmal eine Map-Grid-Datei. Und die zieht ihr einmal einfach in eure Map rein. Das ist erstmal ziemlich groß, aber eure Insel ist ja auch nur ein Grid groß, sage ich mal. Wie ihr seht es, das wird mit Buchstaben und Zahlen versehen. Das ist einfach, damit ihr die Map einfach in verschiedene Bereiche aufteilen könnt. Das ist halt sehr wichtig für die Performance. Und wie das funktioniert, zeige ich euch halt jetzt. Wir nehmen einmal als Beispiel E5. Unsere Insel ist halt relativ klein, deswegen reicht dafür ein Kästchen. Und wir wollen nämlich einmal ein neues Level erstellen. Dafür geht ihr einmal auf Levels hier unten. Dann auf Create New. Wichtig ist, dass ihr den Ordner auswählt, wo eure Map drin ist, wo auch die anderen Levels drin sind. Dann nehmen wir jetzt dann einmal den Namen E5FAR. Ich erkläre euch gleich, warum ich das FAR nenne. So, wenn das Erstellen fertig ist, das kann einen kleinen Moment dauern, dann machen wir das selber nochmal und erstellen dann E5NIR Level. Jetzt haben wir einen E5FAR und einen E5NIR Level. Und die werden folgendermaßen unterteilt. E5FAR ist so gesehen unser Level für alles, was auf hohe Distanz geladen werden muss, wie zum Beispiel Klippen oder die Bäume. E5NIR sind zum Beispiel Sachen wie Steine, Büsche und sowas, die halt erst auf kurze Distanz geladen werden. Das ist halt wichtig, weil wenn eine ganze Map auf einmal geladen wird, dann ist halt die Performance sehr, sehr schlecht. Deswegen unterteilen wir jetzt einfach mal die Bäume und die Büsche, die wir letztes Mal platziert haben, einfach mal in die verschiedenen Level, die wir gerade erstellt haben. Dazu, um diesen Level zu aktivieren oder um in diesen Level reinzuspringen, einfach Doppelklick drauf. Oder ihr könnt auch rechtsweg drauf machen und Make the Turant machen. Wenn ihr zum Beispiel nur ein Level laden wollt, dann rechtsweg drauf und load, damit ihr den nicht direkt als aktiv setzt, weil das Laden alleine oft schneller. So. Um jetzt die Bäume und sowas in dieses Level zu verschieben, müssen wir natürlich erstmal die alten löschen. Man kann die auch eins zu eins gruppieren. Ich muss da mal schauen, in welchen... Ach, die Bäume, die habe ich da nicht. Ach doch, die habe ich hier. So. Um jetzt die Bäume in dieses Level zu verschieben, können wir, wenn wir sie nicht komplett neu machen wollen, auch einfach Doppelklick drauf. Das heißt, wir wählen einmal hier mit links in den Haken da den Baum aus und dann kopieren in E5-Fahr. Und dann können wir sagen, Copy to Selected Level. Genau. Dann hat er die Bäume einmal kopiert. Und jetzt können wir in diesem selben Level, wo wir jetzt halt natürlich die Bäume raushaben wollen, einfach den Baum löschen, indem wir auf das X gehen. Und dann fragt er uns, ob wir zwei Instanzen, wir haben zwei Bäume platziert, weil wir löschen wollen. Wollen wir machen. So. Wenn wir zum Beispiel E5-Fahr mit dem Klick auf dieses Audi hier einmal ausblenden wollen, dann sehen wir, E5-Fahr hat diese zwei Bäume jetzt drin, so wie wir es haben wollten. Das gleiche machen wir mit den Steinen und dem Busch. Wir selekten die zwei. Klicken auf E5-Nier. Und dann Copy to Selected Level. Ja, wollen wir kopieren. Und dann löschen wir die hier raus. So, tada. Jetzt ist zum Beispiel nämlich das Main Level frei. Das ist sehr wichtig, weil der wird halt dauerhaft geladen. Also der Persistent Level ist der einzige Level, der wirklich dauerhaft geladen ist mit der Landstapie zusammen. Können wir hier speichern. Auf diesen Stift klicken ist übrigens Speichern. Und Zeit sparen wollen wir auch beim Map machen. Deswegen würde ich immer die einzelnen Level speichern. Und nur wenn ihr es dafür schließen wollt, einfach mal oben aufs X drücken, weil dann wird es sowieso gefragt, ob wir alle speichern wollen oder nicht. Und im Grunde genommen funktioniert das genauso für alle anderen Kästchen auch. Ich glaube, weil die Ero hatte eine Größe bis D6 und D5 hatte das ungefähr. Also ungefähr die Größe. Also ich glaube kaum, dass ihr eine Map macht, die so groß ist. Es wäre zumindest nicht ratsam. Für den Anfang würde ich einfach eine Map nehmen, die ungefähr zwei, maximal vier Grids groß ist, weil das eine gute Anfangsgröße ist, wenn man Wasser und Land haben will. Und es ist halt am einfachsten. Weil wenn ihr direkt eine große Map anfangt, das würde ich gar auf keinen Fall empfehlen. Weil ihr werdet merken, dass ihr erstens überfordert seid und zweitens, ihr werdet auch mittendrin in der Arbeit merken, ihr habt was Neues gelernt und ihr wollt alles wieder reworken. Und das ist halt einfach unnötige Arbeit. Ich würde euch empfehlen, eine kleine Map anzufangen. Auch ein Grid reicht erstmal völlig, um die ganzen Sachen auszuprobieren. Deswegen überstürzt es dich direkt und fangt eine kleine Map an. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr ein bisschen eure Map in Szene setzen könnt, damit ihr zum Beispiel Screenshots machen könnt. Oder wenn ihr euch einfach mal anschauen wollt, wie die Map jetzt ingame aussehen würde. Natürlich sieht man jetzt hier die Grafik, die auch in dem ist, aber um so ein bisschen in Szene setzen zu wollen, die Map teile ich euch mal jetzt, was ihr davon machen müsst. Erstens, das Grid wollen wir natürlich nicht mit auf der Map haben. Das soll ja nur hier im DevTail als Hilfe sein. Deswegen klickt einfach mal drauf. Dann scrollen wir hier runter, bis wir Do Not Cook sehen. Das einmal anklicken, weil wenn ihr diesen Haken nicht rein macht, dann wirkt das ganze Grid mit auf die Map geladen, wenn ihr das für den Steam Workshop raushaut. Als nächstes wollen wir nämlich auch Actor Hidden In-Game machen. Das ist wichtig für den Game Mode, den ich euch jetzt gleich zeigen möchte. Und zwar, wenn ihr jetzt sagen wollt, ich will den Street Shop von meiner Map machen, dann drückt ihr einmal G für Game Mode. Weil dann wird nämlich alles an Volumes und sowas, die ganzen Tests hier hinten und die ganzen Umrandungen werden dann versteckt. Und ihr seht die In-Game Grafik, also es wird natürlich alles andere ausgebildet und ihr seht dann besser die In-Game Grafik. Jetzt ist natürlich erstmal der Himmel komplett schwarz. Dafür wollen wir natürlich einmal Tag machen. Da gehen wir einmal auf Martinet oben und dann auf Daytime. Dann klicken wir einmal drauf. Und dann haben wir jetzt hier einen Schieberegler hier unten, den hier. Moment, den hier unten in den schwarzen Balken. Und den hin und her, die seht ihr, dass ihr da jetzt den Tag, Tag, Nacht, Zyklus in der Hand habt. Und dann könnt ihr euch jetzt auch suchen, was für eine Tageszeit ihr haben wollt. Wenn ihr die richtige Tageszeit ausgewählt habt, einfach schließen. Und dann könnt ihr auch so auch schon euren Streamshot machen. Wenn ihr noch eine höhere Qualität oder eine bessere Qualität haben wollt, dann drückt ihr F11. Damit macht ihr dann ein sogesinnt Vollbild. Und dann könnt ihr hier oben links auf dem Pfeil klicken und High Resolution Streamshot machen. Dann hier einfach unten rechts auf Take the Streamshot klicken und dann habt ihr den Streamshot. Als letztes möchte ich euch noch erklären, wie eine Höhle funktioniert oder wie ihr eine Höhle machen könnt. Dafür klickt ihr einmal auf euer Landscape. Dann auf den Landscape Editor. Ihr müsst jetzt nicht dafür zwingend auf Landscape klicken, aber ich zeige euch gleich warum. Und zwar gehen wir einmal auf Sculpt und dann wählt ihr hier unten Visibility aus. Dann könnt ihr einmal eine Größe aussuchen. Und dann klicken wir einfach mal hier auf die Landscape. Und es wird erstmal gesagt, es funktioniert nicht, wir kriegen einen Error. Und das liegt daran, dass wir kein Material oder keine Textur ausgewählt haben, die aktiviert wird, wenn ein Loch in der Landscape ist. Und zwar klicken wir da vor allem auf die Landscape, auf Details. Dann seht ihr hier, Landscape Hole Material ist kein Star. Wir klicken dann einmal hier auf die Lupe, weil es öffnet den Dateipfad von diesem Material von der Island. Und wenn wir hier runter scrollen, sehen wir einmal dasselbe Material, aber mit Unterstrich Hole dahinter. Das weisen wir hier einmal zu. Dann wird ja einmal gleich was compiled bei euch und dann haben wir auch schon ein Hole Material. Genau, und jetzt wollen wir fröhlich Löcher in den Boden machen, wie wir wollen. Und so. Ich bereite ja mal gleich kurz was vor in verschnellter Ansicht und dann zeige ich euch, wie der Rest funktioniert. So, jetzt habe ich hier gerade noch eine kleine Höhle gebaut, ist nichts Besonderes, nur ein kleiner Unterschlupf. Und ich habe natürlich erstmal die ganzen Klippen in den falschen Level gepackt, die gehören nämlich alle in den Far Level. Da kann ich euch direkt auch zeigen, wie man die direkt verschieben kann. Und zwar hätte es gerne die Cliffs, die sind momentan im Persistent Level, in den Far Level gezogen. Dazu gehen wir einfach in den Far Level rein mit Doppelklick. Man sieht daran, dass der Level aktiv ist, wenn der Name in Klick geschrieben ist. Dann machen wir Rechtsklick auf die Felsen, die wir markiert haben. Dann alle nach und nach mit STRG und LINKS hier alle markieren. Dann klicken. Dann Rechtsklick drauf, über Level und dann Move Selection to Cure and Level. Und dann wird alles, was man anvisiert hat, in diesen ein Level gepackt. Genau. Als nächstes zeige ich euch das Prevention Volume. Das ist dafür da, dass ihr nicht durch die Längste teleportiert werdet und dann oben auf der Insel wieder draufsteht. Weil das ist so gesehen der Sicherheitscheck, ob der Spieler da sein darf, wo er gerade ist oder nicht. Und dazu einfach mal Prevent eingeben. Da habt ihr ein Searcher Prevention Sonnen Volume. Das zieht euch hier rein. Dann könnt ihr das mit R skalieren. Und da muss halt die Höhle mit drin sein, damit das auch so funktioniert, wie es soll. Und dann erkläre ich euch jetzt einmal die wichtigsten Settings. Only Prevent in PvE würde ich rausnehmen, weil damit das auch für PvP zählt. Prevent all Structures würde ich nur anmachen, wenn ihr wirklich alle Strukturen, zum Beispiel wie eine Artefakthöhle, verbieten wollt. Damit man gar nicht drin bauen kann. Und dann haben wir noch einmal Prevention Volume Prevents Flying. Das bedeutet einfach, dass da rein nicht geflogen werden darf. Wie bei der typischen Höhle auch. Dann gibt es noch Structure Damage Multiplayer. Das ist einfach nur der Cave Schaden. Ich glaube normal ist immer mal 6 oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das sind so die wichtigsten Settings. Es gibt natürlich noch viele mehr. Aber ich will euch damit jetzt nicht direkt überholfen. Das sind so die wichtigsten. Und genau. Structure Prevention Zone Volume gehört zum Beispiel in den Persistent Games. Game Level, a Gameplay Sub Level. Deswegen öffnen wir uns den. Hierauf rechts zählt und dann Move Selection to Ture and Level. Und dann ist der hier drin. Und dann passt auch alles. Da mal kurz eine Szene setzen. So. Ich hoffe euch hat das Video geholfen beim Höhlen erstellen. Ist natürlich erstmal nur eine kleine Einführung gewesen. Ich freue mich immer über Feedback und über Verbesserungen. Deswegen sagt mir was ihr wissen wollt. Was ihr mit ins nächste Video nehmen soll. Und ansonsten nehmen wir uns dann nächstes Mal Haut rein. Amen.